Dem Schöpfer hervorragendster Werke neuer deutscher Plastik. Aus der kleinen Tonskizze entsteht in immer größeren Maßstäben das Bildwerk Die Bereitschaft, dessen endgültige Höhe 15 Meter betragen wird. This comment reads, the fuck is a dog whistle? After you send a request to my spouse's partner does enjoy these videos. Never lose your smile. Die Unmoved, eine der Plastiken für den runden Saal der neuen Reichskanzlei. Besuch beim Professor Arno Bleykos. Actually, I'm pretty sure you're a man because you have a piece. But what do I know? Nothing. You don't know a single goddamn thing. In fact, you don't even know if I have a piece. We live in a period in which politicians are not very popular. And believe me, you have my sympathy. You don't know if I have a piece of paper. I made premi einfach nicht so much one. Amen. Wir sind dieppe. Ich bin eine gewisse T-T-Ten. Sehr schön. Dieppe. Untertitelung. BR 2018